So busy ist das Multitalent Jörn Schlöhn-Vogt. In den frühen Morgenstunden postete der 30-Jährige dieses Insta-Video direkt vor den GZSZ-Studios im Stadtteil Babelsberg. Ich habe jetzt das erste Bild gedreht bei GZSZ, habe Pause, dreh in der Pause für eine andere Serie, dreh dann wieder für GZSZ und dann geht's nach Thüringen zum Auflegen. Heute ein vollgepackter Tag. Wow, ein echter Workaholic. Denn Jörn ist nicht nur Schauspieler, sondern legt auch professionell auf. Aber hey, er ist dazu noch Schlagersänger und nach drei langen Jahren erscheint am 11. August endlich sein drittes Album Tausend Wunder. Wovon sein neues Werk handelt? Von der Liebe. Und davon kann er auf jeden Fall Lieder zum Besten geben, denn er schwebt aktuell auf Wolke 7. Seit kurzem ist er nämlich mit seiner Freundin Hannah Weig, die er übrigens online kennengelernt hat, auch verlobt. Es läuft bei ihm, nicht nur beruflich, sondern auch privat. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch ein Like da und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren.